Im Herbst 2017 hat der Verwaltungsrat entschieden, Standort Dobl eine zeitmässige Bank umzubauen. Es handelt sich zweifellos um eine Standortbekenntnis für unsere Kundschaft als Regionalbank. Es war der Auftrag, die Bank mit Baujahr 1968 zu modernisieren und den heutigen vielschichtigen Bedürfnissen anzupassen. Wir sind dynamisch und jung geblieben und trotzdem unseren Traditionen bewusst. Gebäude muss und kann heute andere Anforderungen erfüllen als noch vor 50 Jahren. Entstanden ist die erste Minergie A modernifizierte Bank in der Schweiz. Der Kunde ist bei uns König, er muss sich jedoch mit der Digitalisierung anfühlen. Im Bau ist auf Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Materialien gesetzt worden. Zwei Erdsonden und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgen das Gebäude über das ganze Jahr hinweg mit eigener Energie. Gute Architektur soll nicht nur fürs Auge schön sein, sondern auch den Nutzer gerecht werden. Die Reifisenbank hier in Tobel gibt den Mitarbeitenden und den Kunden die Möglichkeit, mit Hilfe von modernster Technik barrierefrei auf Augenhöhe in einer angenehmen Ambience einander zu begegnen. Es ist unser Anspruch, sämtliche Bankdienstleistungen anzubieten und unsere Genossenschaftlerinnen und Genossenschaften als auch Kunden wie bis anhin zufriedenzustellen. Mit der modernisierten Geschäftsstelle sagen wir Ja zu einer starken Reifisenbank-Mingweilen-Dobel. Wir verfolgen konkret drei Ziele. Das Kundenerlebnis zu steigern, Beratungskompetenzen auszubauen und effiziente Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Für mich ist der persönliche Kundenkontakt sehr wichtig. Ich lege Wert auf, meine Kunden kompetent in die Bereiche finanzieren, anzulegen und vorsorgen zu beraten. Erleben Sie zusammen mit uns eine diskrete und angenehme Gesprächs- und Beratungsatmosphäre. Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Anliegen in einem persönlichen, kompetenten und umfassenden Gespräch, auch ausserhalb der Öffnungszeiten. Kontaktieren Sie uns oder kommen Sie vorbei. Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.